Wer muss gegen das Vault-Monster kämpfen, so wie es scheint? Was macht Valerie denn da? Wir müssen sie aufhalten. Ne? Gucken wir uns erstmal die Vault an. Oder das Monster, was ja ein und dasselbe ist. Ist hier noch jemand drin? August zum Beispiel? Alles okay? Er lebt zumindest noch. Alles okay? Au, sieht nicht gut aus. Bis was? Bis was? Und wo ist Sascha? Ja? Wir kriegen sie schon. Langsam, aber sicher. Warum greift sie vor allem Gottes an, anstatt des Vault-Monster? Oh, komm schon. Du schon wieder? Wo ist Sascha? Wo ist Sascha? Okay, er sagt doch nichts. Wo ist Sascha? Wo ist Sascha? Was? 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 Nein! Oh doch! Okay, jetzt ist Value dran. Hey! Wow! Autsch! Was erzählt sie denn da? Ich beschütze Gortys. Warum greift sie ihn überhaupt an? Mhm. Was, was uns zwischen uns braucht, ist es nicht wichtig, wenn wir alle tot sind. Wir müssen Gortys zu zerstören. Das ist das, was den Gortys hier behält. Es ist zu kraft, um den anderen Weg zu entfernen. Mh-mh. Das kannst du nicht tun! Nein, du kannst das nicht tun! Es wird Gortys! Wir haben keine Wahl! Es ist das, oder wir alle sterben! Das ergibt überhaupt keinen Sinn, oder? Warum sollten wir denn nicht... Was wollten wir uns da bezwingen können? Oh-oh. Nein! Dunkel. Okay. Das war Valerie. Verdammt. Nein! Oh-oh. 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 I can't keep- What happens to you and they kill us? Erklär mir wie ich dir helfen kann. Gortys! Tell me how to help! Rocket launcher! Wait, the rocket launcher? Yes! Okay. No! Aber warum?! I can't aim and they kill us! Es muss einen anderen Weg geben. Warum sollten wir denn... Warum sollten wir denn nicht das Voltmonster killen können? Mit Gottes Hilfe. Oh oh. Oh oh. Aber ich will ihn nicht anschießen. Warum müssen wir das tun? Warum? Oh Gott. Oh oh. Was zur Hölle passiert da? Oh nein. Oh komm schon. Gottes. Alles für nichts. Alles für nichts. Und die Erinnerungen von denen, die wir durch den Weg verloren verloren haben. Alles für nichts. Alles für nichts. Für gar nichts. Was? Warum? Oh man. Ich wollte es nicht. Ich wollte nicht, einen Schuss. Ich wünschte, dass es einen anderen Weg gab. Was ist denn du? Oh ja. Was ist da eigentlich passiert? So ist das ja nicht wirklich passiert. Oh. Oh. Wenn jemand hier zu haben, ist es mir. Du hast einen sehr, sehr Jack in deinem Kopf der ganze Zeit. Und du hast noch nicht gehalten, bis du in eine Körner gesagt hast. Es war nicht so. Was ist denn jetzt los? Ja, irgendwie erinnere ich mich an die Stimme. Die Frage ist, warum? Wenn so viel Zeit vergangen ist? Oh. Und da ist Athena. Oder nein? Was zur Hölle? Ja. Was machst du hier überhaupt? Wer ist denn das? Mit Bart und allem? Ist das Vaughn? Oder was? Oh. Verdammt. Oh, oh. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh. Shittalker to the end. You know, I can respect that. This was for Finch! Oh. Okay. Nochmal Glück gehabt. Oh. Wer zur Hölle ist das? Tja, das war Kroger, he? Ja, wow. Trifft's ganz gut. Wer könnte das sein, ne? Ich würde ja sagen, Warren. Was macht er denn? Das? Das ist wunderschön. Ich weiß nicht. Vielleicht hat er eine Frage. Wow, das ist schlecht. Oh, oh. Alle sind auf ihn gerichtet, he? Ich denke, es ist Warren, der uns da hilft. Das würde von dem Körper her passen. Und dass er einen Bart hat, ist ja nichts Ungewöhnliches. Jetzt ist er derjenige, der verbunden wird. Gefesselt. Mhm. Ich glaube nicht, dass er uns töten wird. Alles gut, Fiona. Ganz ruhig. Okay. Tsching. Aber er ist so ein bisschen zu klein dafür. Ja. Das war nur Laserpointer. So gut. Okay. Das ist toll. Er sieht so anders aus. Aber ich hatte recht. Ich dachte, ich habe dich verloren, Junge. Oh. Auch hier, Mann. Ich kann es nicht glauben. Komm schon, Fiona. Bring es in, Fiona. Okay. Jetzt fehlt nur noch Sascha. Oh, okay. Und wer ist er, verdammt nochmal. Nehmt ihm doch endlich mal die Maske ab. Das ist aber eine tolle Basis. Das ist aber eine tolle Basis. Ich bin froh, dass du sicher bist. Ich bin froh, dass du sicher bist. Ich bin froh, dass du sicher bist. Ganz ruhig. Zuerst den ersten Tag auf Pandora. Dann, du hast du neuen Pandoran-Survival-Skills zu arbeiten. Genau. Das war eine Plane, aber es hat definitiv helfen. Ich meine, ich bin natürlich nicht der Experte, aber ich war langs Jahre voran dieser Pencil-Puschers. Ich habe J.R. von Distributions-Eing-Dirt- Ich habe nur Leder, ich habe nur Sitz, und schaffst mich Leder in seine Hand. Okay. Oh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh.